Herzlich Willkommen ihr Lieben und Willkommen zu Quizzer Live heute und zu unserem Serienquiz. Mein Name ist Christina, ich bin hier heute mit dem Armin an der Technik. Ich glaube, ich sage heute nicht so viel, da spricht nämlich kein Deutsch, aber dafür bin ich ja da. Serienquiz, schreibt weiter was eure Lieblingsserien sind und natürlich haben wir auch heute einen tollen Pott und zwar ganze 250 Euro. Genau, folgt uns super gerne bei Instagram, da gibt es immer Tipps und Tricks, Infos, was es für Quizze gibt und wenn mal was nicht so gut läuft, dann informieren wir euch da, aber auch wenn was super gut läuft. Das heißt folgt uns da gerne, gebt uns da ganz viele Herzchen und Likes und genau, seid auf dem Laufenden. Diese Woche, das sind ganz viele Herzen, ganz genau, diese Woche haben wir einen Wochenplan für euch und da seht ihr, was heute so passiert. Heute Serienquiz, Samstag Pokémon-Quiz mit Winston, der moderiert und am Sonntag Jeopardy-Quiz, also liest die Antwort und wählt die passende Frage aus, viele spannende Sachen. Genau, schreibt weiter was eure Lieblingsserien sind, habt ihr The Witcher schon geguckt oder nicht? Da schreibt einer The Witcher, yes, ich finde die Serie auch sehr gut, habe die zweite Staffel noch nicht ganz zu Ende geguckt, also verrate es mir nicht. Euphoria, auch sehr gut habe ich gerade gelesen und wir sind jetzt hier angekommen in unserer ersten Serie, ich bin hier im Central Perked Café von Friends und ich würde sagen, auf geht's, ab geht's mit unserer allerersten Frage, Frage Nummer 1. Beende den Serientitel Sex and the Ladies, Coffee, City oder Bars. Ist ja gerade neue Staffel oder neue Saison rausgekommen, neue Season und zwar auf HBO ist es glaube ich, ich habe angefangen die zu gucken, bin da gerade bei, finde es ganz locker entspannt, nicht mehr so gut wie die alten Staffeln, aber trotzdem ganz angenehm zu gucken, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Richtige Antwort ist natürlich Sex and the City und das wussten, lasst uns sehen, 14.258 Leute, toll, dass so viele mit dabei sind und sagt mal Bescheid, ob ihr Sex and the City gerne guckt oder nicht. Viele sagen Alte besser, nö, nö, nicht geguckt, wir machen heute mit Frage Nummer 2, vielleicht wisst ihr da oder habt ihr die schon geguckt mit einem Video. Und da wollen wir wissen, aus welcher Serie sind die beiden bekannt? Der kleine Vampir, Löwenzahn, Tigerenten, Klopper, die Sendung mit der Maus. Habe ich schon sehr lange nicht geguckt. Wird seit 1971 am Sonntagvormittag ausgestrahlt. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch ausgestrahlt wird, aber falls ihr das wisst, schreibt es gerne in den Chat rein und produziert vom WDR zusammen mit der ARD und natürlich die Maus und der Elefant, die Sendung mit der Maus. Und das wussten immer noch 14.206 Leute. Viele schreiben, gibt es noch, immer noch Sonntagvormittags. Ja, das gibt es nicht mehr. Okay, wir sind uns uneinig im Chat. Wird noch ausgestrahlt, super Sendung, finde ich auch. Weiter geht es mit Frage Nummer 3 und einem Bild für euch. Schaut genau hin. Und wir wollen wissen, wie heißt diese Serie? Grey's Anatomy oder Emergency Room? Das sind zwei Ärzte-Serien. Und die, die wir suchen, die wurde 2005 das erste Mal ausgestrahlt. Ich habe sie geguckt. Ich gucke sie immer noch. Wir sind jetzt gerade bei Staffel 18 und die wurde auch für Staffel 19 verlängert. Also ich gucke die schon sehr, sehr lange. Ja, wie viel? 15, 16, 17 Jahre jetzt schon. Richtige Antwort ist Grey's Anatomy. 13.254 wussten, dass fast 1.000 dachten Emergency Room. Aber ihr habt ja immer noch die Chance, euren Rettungsring anzuwenden. Für Frage Nummer 4 und da haben wir eine deutsche Serienfrage. Und es gibt noch einen Pluspunkt, wenn ihr mir sagen könnt, wie viele Filme es davon eigentlich gibt. Oder Serienabschnitte. Ich weiß gar nicht, wie man es da nennen soll. Äh, 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 1.463, viele. Ich hoffe, ich habe das richtig nachgefuckt, ob ich glaube, ich habe es. Es gibt bislang über 1.200 Tatortfilme. Und die richtige Antwort natürlich Tatort 11.491, einige an Polizeiruf 110 verloren. Aber die meisten sind immer noch mit dabei und gehen mit uns zu Frage Nummer 5 und einem Video. Auf geht's! Wir wollen wissen, in welchem US-Staat spielt diese Serie? Kalifornien, Florida, New York oder Colorado? Habe ich auch als Teenager geguckt. Dann gab es vier Staffen. Ähm, wir haben das Video natürlich extra so geschnitten, dass ihr den Staat nicht mehr hören konntet. Und die Serie heißt OC und dafür steht OC für Orange County und Orange County in California. Das ist die richtige Antwort. Und 11.713 wissen das und sind immer noch dabei. Und gehen wir uns zu Frage Nummer 6. Und da gehen wir mehr in eine Sitcom-Frage. Und da wollen wir wissen. Welche Ausbildung hat Ted in How I Met Your Mother? Anwalt, Ökonom, Architekt oder Barkeeper? Hm. Genau, neun Staffeln. Zwei und acht Folgen gibt es da von 2005 bis 2014 ausgestrahlt. Am Ende konnten wir endlich erfahren, wie, ja, die Hauptrolle quasi die Mutter der Kinder kennengelernt hat. Und die richtige Antwort ist Architekt. 8.554 wussten das. Wir haben fast 2.000 Anwalt verloren. Also sehr, sehr viele. Aber gut, dass das Frage Nummer 6 war. Rettungsring. Denn jetzt kommen wir zur letzten Frage für den Rettungsring. Sagen auch einige. Marshall ist Anwalt. Frage Nummer 7. Auf geht's. Und da kommt ein Video für euch. Wir wollen von euch wissen, wie heißt diese Serie? Glamour, Falcon Crest, Dallas oder Denver Clan? Ich habe die Serie nicht geguckt. Das ist eine der wenigen, die ich hier im Quiz nicht kenne. Wurde von 1981 bis 1990 produziert. Also auch schon etwas älter. 227 Folgen. Und gemeinsam mit Dallas, der Denver Clan und Unter der Sonne Kalifornien gehört sie zu den Primetime Soaps der 1980er Jahre. Und das ist Falcon Crest. 5.513 Leute. Viele haben wir verloren. Gut, dass ihr immer noch euren Rettungsring anwenden könnt. Sehr, sehr gut. Also setzt sie ein. Ihr habt die letzte Chance dafür. Weiter geht's mit Frage Nummer 8 und einem Bild. Wie heißt dieser Charakter in Babylon, Berlin? Alfred Nüssen, Geryon Rath, Samuel Kartelbach oder Bruno Wolter? Habe ich auch nicht geguckt. Könnt ihr mal sagen, ob ihr es geguckt habt. 16 Folgen waren es zuerst mit jeweils 45 Minuten in zwei Staffeln. Und ich habe gelesen, dass die Serie mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro eine der bislang teuersten deutschen Fernsehproduktionen, eine der teuersten nicht englischsprachigen Serien waren. Und den, den wir da gesehen haben, ist der Bruno Wolter. 3.852 sind immer noch mit dabei. Ich finde, es sind noch viele. Bin gespannt, wie viele bis Frage 12 kommen. Wir machen weiter mit Frage Nummer 9. Und da haben wir eine richtig oder falsch Frage und wollen wissen. Stimmt es, dass es gibt über 1500 Folgen der Serie Lindenstraße? Richtig oder falsch? Und hier auch Pluspunkt, wenn ihr mir sagen könnt, wie viele Folgen es eigentlich gibt. Schreibt es fleißig in den Chat. Schreibt jemand 666, 1800, 1000, schreibt mal 2000, 1000. Richtige Antwort ist 1758. Ich glaube, keiner hat die richtige. Da, Blümchen 100 wusste das. 1758, also ist das richtig. Und 3400 wussten das. Wer guckt denn die Lindenstraße? Ich habe die Lindenstraße nie geguckt. Aber vielleicht ihr ja. Zu wenig, sagt jemand. Wir machen weiter mit Frage Nummer 10. Und da möchte ich Folgendes von euch wissen. Welche dieser Serien prämierte zuerst in Deutschland? Dexter, Lost, Dr. House oder Prison Break? Ich bin für Dr. House. Ich habe von denen nur eine Serie oder zwei habe ich geguckt. Ich habe geguckt Dr. House und habe Lost geguckt. Dexter und Prison Break nicht. Müssten eigentlich auf meiner Liste sein, dass ich nochmal schaue. Serie von Damon Lindelof. Und er handelt um einen Flugzeugabsturz auf einer, ja, unheimlichen Insel. Und da geht es um Lost. Tausend und drei Leute. Oie, 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 sind wieder einige rausgeflogen. Die meisten dachten Dr. House, aber die richtige Antwort ist Lost. Und mit den verbleibenden Tausend gehen wir zu den letzten zwei Fragen und starten mit Frage Nummer 11. Wie heißt die Stadt, in der Gilmer Girls spielt? Sea Haven, Derry, Stars Hollow oder Beacon Hills? Keine Ahnung. Da kann ich euch sagen, diese Stadt, die gibt es nicht wirklich. Die ist fiktiv, die gibt es nur in Gilmer Girls. Heißt es, frei erfunden, so wie bei X-Factor diese Geschichte ist frei erfunden. Und die richtige Antwort ist Stars Hollow. So, 544 Leute. Und mit diesen 544 gehen wir in die letzte Frage. Frage Nummer 12. Hört genau zu, was die Frage ist. Wir wollten vielleicht wissen, in welcher Serie hat Bryan Cranston nicht mitgespielt? Breaking Bad, immer wieder Jim, How I Met Your Mother, Malcolm Mittendrin. Da hat jemand geschrieben, warum kommen die einfachen Fragen immer zum Schluss? Ich kann euch sagen, Bryan Cranston hat in Malcolm Mittendrin Hell gespielt. Walter White in Breaking Bad. Und hatte ein sehr kurzes Erscheinen in How I Met Your Mother in Staffel Nummer 2. Also war er nicht dabei bei Immer Wieder Jim. Und wir haben 298 Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Gewinner. Ich glaube, da gibt es knapp einen Euro für alle. Lass uns mal die Gewinner angucken. Wen haben wir denn da? Wir haben 84 Cent an Gine, 4 Gen Z, J440, Zerstörer 187, Optimus, Brian 86, Konjunkti, Sugar Baby, Anne Hex, Illy München, Löwenzähnchen 2206. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr so toll mitgespielt habt und dass ihr so viel über Serien wisst. Schreibt nochmal, was eure Number One Lieblingsserie im Moment ist. Dann kriegen wir nochmal ein paar tolle Tipps. Wir danken für heute. Morgen sind wir um 20.15 Uhr wieder da. Und am Samstag Pokémon Quiz. Und nicht vergessen Sonntag auch Wochenfinale mit 30 richtigen Antworten. Bis bald. Danke für heute. Und wir sagen Ciao, Ciao und Kakao. ? Irgendjemand hatte geschrieben, dass er ein Simpsons Quiz haben will, das würde ich auch ganz gut finden. Also zumindest die älteren Folgen habe ich jeweils immer mehrere Male gesehen, jetzt in den letzten paar Jahren, aber jetzt die neueren eher weniger. Aber die meisten Serien, die da jetzt in dem Quiz vorkamen, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Und bei einigen wusste ich gar nicht, dass es die unbedingt gibt. Fake & Quest, da habe ich eigentlich nur auf den Chat geachtet, weil das da jemand geschrieben hatte, aber ich habe das noch nie gesehen. Oder auch Gilmore Girls, das sagt mir nur vom Namen her was. Die meisten Serien, da habe ich maximal nur wirklich am Rande mal gesehen. Genau wie diesen Schauspieler, als ich da nun rausgefallen bin. Die Serie habe ich auch nicht gesehen. Na gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal was morgen so los ist. Da gibt es ja wieder 1000 Rettungsringe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.